Hey und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's eure Francie Swirl und wie ihr eh schon in der Videobeschreibung lesen konntet, gibt es heute das Tattoo-Video, denn ich habe spontan für heute meinen Tattoo-Termin bekommen. Ich war selbst voll überrascht. Ich freue mich jetzt umso mehr auf den Termin, denn ich war der Meinung, dass es vor Weihnachten nichts mehr wird. Also ja, wird das jetzt so ein kleines Weihnachtsgeschenk an mich selbst. Ja, ich freue mich mega mega. Ich würde sagen, ich gehe dann mal los. Ich muss dann noch mit dem Zug fahren. Let's go! So Leute, jetzt bin ich angekommen. Es war total stressig. Let's do it. Untertitelung. BR 2018 So Leute, jetzt haben wir eine kleine Pause gemacht. Jetzt dann sieht man was. So Leute, jetzt haben wir eine kleine Pause gemacht. Hey Leute, es ist mittlerweile schon der nächste Tag bei mir. Ich war gestern einfach so fertig und habe einfach nicht mehr filmen können. War dann auch zum Schluss, wo meine Detailerin dann noch die Schattierungen und so gemacht hat. Sehr schmerzhaft, muss ich zugeben. Ich war dann einfach gestern so fertig und habe einfach nicht mehr filmen können. Deshalb habe ich mir gedacht, werde ich heute dieses Video zu Ende drehen. Also bei mir heute. Die Folie ist nach oben. Ich mache das jetzt glaube ich einfach heute schon runter und werde das erstmal ein bisschen abwaschen und eincremen. So Leute, werde jetzt die Folie abtrennen von meiner Haut. Ich bin einfach so mega begeistert von ihrem Talent. So echt wirklich heftig. So Leute, ich habe jetzt die Folie mal abgegeben. Es war echt schmerzhaft. Und ja, das ist jetzt so. Das Tattoo ohne Folie. So Leute, ich habe jetzt die Folie mal abgegeben. So, I'm done Leute. Also ich habe es jetzt eingeschmiert mit der Creme hier. Und jetzt lasse ich das einfach jetzt mal ein bisschen trocken. Ich würde sagen, das war es jetzt mit dem Video. Ich bin mega mega begeistert von meinen neuen Tattoo. Und besser als wie ich mir es vorgestellt habe. Und ja, wenn du jetzt auch verpasst auf ein neues Tattoo, überlege es dir gut. Denn man hat es ein Leben lang. By the way. Ich habe auch circa ein Jahr überlegt. Also ich lasse mir echt lange Zeit für ein Tattoo und überlege echt lange. Und ja, man sollte echt davor sich gut Gedanken darüber machen. Liked unbedingt mal dieses Video an dieser Stelle. Und nicht vergessen, diesen Kanal zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Danke für euren Support. Danke, dass du das Video hier angeschaut hast. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Eure Franzis Wirt. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020